Wir haben noch den Einstein! Ja, wir haben noch Einstein. Wir können uns ein bisschen helfen. Komm, Boys. Kommt der Englisch noch ein bisschen lang? Nee, komm mal, der ist gut. Also, müssen wir natürlich dahin gehen. Jetzt einstein noch da. Heute schon geschlossen, ja. Nee, wir haben nicht Einsteinsilfe. Das Bild haben wir schon ins Gezeichnis gehabt. Jetzt wissen wir, wir haben das Bild ja schon gezeichnet gehabt. A4 sieht dem jungen McFly zum Wechseln ähnlich. Und George, eine Charaktion zeichnen. Ja, das ist auch. Also, da unten musst du sein. Willkommen zurück, Sir. Ja, willkommen zurück. Das ist ja Georgi, das wenig hier. Lass sehen, mit Hilfe deines Bildes. Ahhhh. Schatz. Ja, das geht. Ja. 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 Will die Valenti-Mob bewillig, um, uh, defuse this little situation? Nein. Hm, ich weiß nicht, die Valenti-Mob nicht mag sein, dass sie mit Verlusten sind. Hey, wir sind hier nicht begrennt. Der Junge hat nur gedacht, dass J.J. ein Stück von der Aktion wünscht. Especially jetzt, dass er gerade den Arsonist-Speakeasy-Arsonist hat. Wait, du meinst, Doc? Doc? Du bist nicht mit der Valenti-Gang, oder? Ja, was du wissen, dass der Arsonist-Speakeasy-Arsonist? Komm schon, du, auf der Station House! Der Junge wird dich verletzt, Rat! Er wird dich alle! Ja, ja. Well, das ist das. Dank an der Frau Trotter, die ganze Heil-Valley-Polizei-Fürste ist, um, um, zu den Kidd und seine Gäste. Du wirst nicht verstehen, wir müssen ihn jetzt finden. Er hat einen Freund von mir getrennt. Wer? Äh, der Zeitreitende Sohn des Richters. Ah, never mind. Don't worry, we've got the entire Town Square sealed off. If Tannen's within a mile of here, we'll find him eventually. I don't think we have time for eventually. Artie muss er finden. There's only a few people, and maybe an animal or two, who'd be interested in Grandpa's smelly old pipe. But this isn't one of them. Hoover 28. A chicken in every pot. Ah, come here. Hey, boy, how you doing? Good dog. Hi. Nah. Warum ist Einstein jetzt hier? I don't think so. Ach, wir müssen, ich weiß wie. Wir müssen durch die Game Tür durch. It's locked. Ist es locked. Aaa,attiÜ mat. Ah, okay. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ich bin nicht sicher, was das... Parker muss diese Huch von der Spreak-Easie haben. Das ist gut. Das ist gut. Irving, Kid, Tannen. Ich denke, er hat das gemacht. Es ist leer. Ich weiß. So, gut. Les geht's. Der Flachmann von ihm. So, es kommt... Ah! Es ist leer. So, was ist das Problem? All right, Doc. Here I come. Paulion! What are you doing here? Uh... Never mind. Come here and help me get rid of this stinkin' arsonist. Edna? I caught her plantin' dynamite while I was clearing out the soup kitchen. Guess Sagan was innocent after all. I was researching a story, you ignoramus! Tell it to St. Peter, sister. Hey, what's all this? Parker?! Tannen, you're under arrest. Get him, Sacramento boy! I can't do that, kid. What? Oh, I get it. Why don't you let go of Miss Strickland and call it a night? Hey! Look over there! Watch out! Give it up, Tannen. The alley's blocked off and so are the roads out of town. It's over! Over?! Nothing is over until Kid Tannen says it's over! Make it easy on yourself, Tannen! Tannen's... He's not about to let me in. We need a resistance. Take that, copper! What is that? Before you get rid of the Kid, you have to bring the fraud from the vehicle. It's the end of my mind. I can save you a little bit of time to save. If Kid has long enough Edna... Oh. Perfect. No one messes with Kid Tannen! Not sure what that... Not sure what that... I can't get to the car from here! Come on Kid! You... Are you shooting at me? Are you sh... After you are getting to the car from here? Let's try to talk about you... Maybe... ... ... ... ... ... ... Hey moron! Moron, THIS! Wenn Kit lange genug von Edna abgelenkt ist, kannst du sie selbst retten. Du kannst sie selbst erledigen. Edna ist ziemlich fündig, verschafft ihr wenig Zeit. Ich kann das ganze Nacht machen? Hey kid! Eat lead, phony! Hey moron! Moron, THIS! Yo Tannen! Make like a tree and die, rat! Hey! Attagirl! Hey kid! Eat lead, phony! So... I'm afraid I'm finding it difficult to concentrate with all the bullets flying around my head, Mr. Corleone! Right! No! Yo Tannen! Make like a tree and die, rat! So... I'm afraid I'm finding it difficult to concentrate with all the bullets flying around my head, Mr. Corleone! Right! Come on kid! You know how the... He's not about to let me in. What should I do? You have a gun? Not a real one. Meets me! Hey! I don't think he wants to smoke right now. Not sure what that... I don't think he wants to smoke right now. Not sure what that... Not sure what that... So... Can I turn it off right now? The only thing I want to break this bottle on is one of those goons heads. What should I do? The best... The only thing I want to break this bottle on is one of those goons heads. No! No one messes with kids! The only thing I want to break this bottle on is one of those goons heads. The only thing I want to break this bottle on is one of those goons heads! Come on kid! You know... Wanna wait? I don't smoke! I don't think he wants to smoke right now. Uh... I should have to watch. Es ist Zeit, dass Tannin eine Kostprobe für seine eigene Medizin bekommt. So, das Feuer zeigt, jetzt verstehe ich es. Oh, ich habe das falsche Gewehr hier. Oh nein. 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 Oh nein.